Musik Mein Name ist Ando und wie du schon sehen kannst, du bist hier in meiner Küche, denn ich mache für euch so kleine Köstlichkeiten, so einfache Rezepte, die ihr zu jeder Gelegenheit verwenden könnt. Musik Ja, einfache Rezepte, das ist unser Motto, einfach und lecker. Die sind in der Regel wirklich einfach nachzukochen und für jedermann geeignet und der Sinn dahinter ist, hinter diesem Kanal, dass wir zeigen wollen, dass jeder zum Kochen in der Lage ist, also dass jeder sich sein Essen frisch kochen kann. Wir kommen aus Köln und deswegen machen wir auch gerne Kölner Rezepte, wie die Kölsche Pizza, die haben wir schon gemacht, sehr lecker. Musik Oder aber Himmel und Äd mit Flöns, sehr lecker. Musik Ja, sieh dich ruhig in unserem Playlist um, da haben wir verschiedene Köstlichkeiten für dich, zum Nachkochen, zum Nachzaubern oder auch einfach nur zum Anschauen. Ja, mittlerweile sind wir jetzt schon ein Jahr hier online auf YouTube. Hallo meine Freunde, ich grüße euch, hier ist wieder euer Ando. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder euer Ando, ich grüße euch. Hallo meine Freunde, ich grüße euch, hier ist wieder euer Ando. Und unser Resümee ist bis jetzt, es macht wirklich Spaß. Und wir bleiben auf jeden Fall dran und das wäre auch schön, wenn du dran bleibst. Also, ich würde sagen, bis bald, dein Ando. Musik Und wir bleiben auf jeden Fall dran 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 und wir bleiben auf